Die Konkurrenz schläft nicht, das kann ich dir sagen. Ich habe gestern Abend Let's Dance geguckt mit der Sylvie van der Vaart und die hat sich einen geschmolzenen Schokoriegel aus der Dekolleté gezogen. Da habe ich heute Morgen ein Ritter Sportschokolade mit ganzen Nuschen in meine Dekolleté verschwinden lassen und ich habe sie bis jetzt nicht wieder gefunden. Ist das schon? Wirklich? Barbara. Vielleicht fällt es gleich raus. Ich werde ein Auge drauf haben. Aber bevor wir jetzt überhaupt weitermachen, es ist doch jetzt die Frage, was erwartet der deutsche GEZ-Zahler an dieser Stelle? Es ist Viertel nach acht, es ist die große Show. Was soll hier heute Abend passieren?